hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft bei gewitter genau komm ich da gewitter zu können uns schlafen legen 1 etage 1 jetzt geht's perfekt auch mal nach ewig langer zeit mal wieder geschlafen kriegen gleich noch ein paar x6 dafür ist doch mal was schönes da rein und links drin aber es war trotzdem zu viel schon echt schade ich will auch nicht die ganzen ender perlen hier dauernd verschwinden wir haben noch 76 grad interessant da oben sollte alles arbeiten geht nicht mehr an welchen ring gerade ab zum einsammeln und wir machen heute mal hier habe ich zwei neue dinge eingefragen die ich machen will aber wir machen erstmal den weg zum dorf dafür brauchen wir eine berücke ja die doppel d mit doppel so was nehmen wir denn da doch in den palmen und die planken noch mal gucken wie wir den bauen aber ich denke über dem wasser bauen mit denken ja toll immer über wasser ist ja ganz neu aber das sind die gleich sehen nach überlegt ob ich mir noch ein anderer holzart mit dazu oder nämlich nur die es so schwer zu entscheiden waren die aus einer holzart muss reichen gehen wir mal gucken wir fliegen heute mal könnte auch teleportieren ich weiß aber hat geflogen es liegt alles so lange haben heute irgendwie hier haben wir alles noch okay guck mich gerade ein bisschen das sieht doch alles super aus so na jetzt ist die frage lasse ich das denn hier so muss ich noch ein bisschen erde besorgen die brauchen wir gerade noch da steckt ein bett das kann ich mir warum waren wir das oder wo der panda das ewig lange zeit wo man nie gespielt hat ich bin gerade ein ort wo ich gut er da bauen kann hat man das letzte mal hier auf dem berg ist mir so doof da hast du es doch gut die kann ruhig weg nichts nachher so aus und hier schon immer keine erde war ich brauche einsteck reicht oder nicht wir nehmen ruhig ein bisschen mit mit jetzt nicht in die abbau welt da könnte irgendwo abbauen dann wäre das scheißegal jetzt sollten wir einiges haben was sechs haben wir trotzdem noch mal was mit das ist eigentlich theoretisch okay das ist schon mal schön das reicht jetzt aber dass man hier dass das und das jetzt können wir aber den hier mal so noch ein flug modus in aber ganz schnell raus dann tauschen wir mal hier bisschen erde aus kann halt kein bambus stehen hat so das geht doch schon mal dann kann man das doch hier fortführen das ist ja nicht so weit weg von dem ja immer wieder und den würde ich tatsächlich zwei breit machen weißt du mal das so man dann hier noch ein breiter so ist das doch ist der hauptweg und das nur so ein kleiner art zum häuschen hier sieht perfekt das geht doch schon mal dann müssen wir hier mal die weg machen und dann brauchen wir wegzeug nämlich den hier abhanden wo wir nicht schüllen können da brauche ich gar nicht nachgucken wo ist das säckchen da steckt das habt ihr gar nicht gesehen wir haben hier diese frucht noch gekriegt und das ei auf so flügel das komischerweise nicht funktioniert das war nämlich eigentlich der teleporter so der funktioniert einfach nicht erhält ihn nur kurz in der hand dabei steht da also jetzt mal gegen das nicht da habe ich auch gedrückt gehalten so wie jetzt aber jetzt funktioniert cool das heißt wir können ab jetzt mit dem ding uns das besser festlegen wo wir bauen es wurde dann nur hier und dann gerückt halten kann man mit dem bauort zurück deshalb wir haben hier noch ein weniger platz an die hotbars eindeutig zu klein da könnten ruhig noch ein paar wenn ich prozenten daran gemacht werden jetzt brauchen wir den und wir müssen mal gucken da nehme ich das nicht nehmen das holz so glaube ich so dann nehme ich die rinden optik ich hätte mir das auch einfacher machen können aber ist jetzt egal das können wir mit den bits auch relativ einfach machen dem war ja zwei hoch muss ich schon machen schon alle ja da guckt noch das gras durch das kommt nachher weg also wenn ich ganze blöcke wegschütteln kann und das geht doch übrigens sollte die musik jetzt ein ticken leiser sein das war angeglichen und um 9 dezibel noch gesenkt zum glück gibt es mp3 gegen das programm das funktioniert ziemlich gut zum glück so nun jetzt gehen wir runter ist doch das wird schon zu dann schließt es jetzt da und dann dumm ich das ist doof aber es muss weg da hilft nix da kann es bleiben das heißt wir brauchen jetzt erst einmal den eimer ich weiß dass ich einen dabei hatte da ist er da wollte ich jetzt als aufgefüllt haben effekt sehr gut da kommen wir dahin denn das reicht natürlich noch nicht es ist zu dünn so als es die frage wie machen wir das jetzt da dran ich glaube nur noch eine komplette breite wird so fett ich gehe drücken das heißt wir nehmen einfach mal hier line ein bisschen von runter aber hier können wir das machen da brauche ich einen block zum ansetzen so 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 reicht das? dann kommt da nämlich gelände nachher drauf ob das reicht oder? mal gucken ich kann ja noch wirklich machen na so gut dann haben wir hier den tollen und nicht noch drin da ist er so so opieren wir mal das ach ne ähm wieder gehen relative placement eigentlich bin ich doof weil wir machen ja noch das gelände das heißt wir können hier eigentlich ich mach das mal nicht ganz am brand mach das so mal gucken wo jeder block anfängt und aufhört so so na schon wieder alle rutschen ey und die dumm die dumm schön weg damit ich habe auch neue musik eingefügt ich glaube das ist einen davon ich hoffe das gefällt ich habe auch etwas nicht nur solche musik eingefügt sondern auch noch ein paar andere gut geht das so? oder ist das zu doof? hm ich will den gerade mal hier den block wegnehmen nein mist wo war das? ok ups egal das hier muss ja auch weg ähm ich will nicht ganz schlüssig ob das so gut aussieht ich glaube das ist zu dünn oder? wir müssen mal so bäh ich glaube so sieht es besser aus andere kamen wir irgendwie zu dünn ich weiß auch nicht warum so das heißt den wieder löschen neu so dann wieder auf placement das jetzt ersetzt äh hinsetzt nicht ersetzt ähm sonst geht es ja aber gut oder? ok das muss ich jetzt ups falsch so machen wir so das muss ich als Screenshot haben Gottchen ne ey oh da lebt noch etwas raus das Boot immer wegparken hier äh äh stifter lassen rein kommt so weiter machen geht doch ist die frage das hier auf der anseite auch einfach hinsetzen perfekt hat er schön mit gedreht auch sonst weise mal geht ja nicht immer komischerweise auch immer die richtige Stelle anvisieren kompliziert ey so ach ne jetzt kann ich auch um drauf setzen so ach ne jetzt kann ich auch um drauf setzen hoffte er geht aber nicht ich möchte ihn da nicht hinsetzen ach weil wir kein Zeug mehr haben oder was doch machen wir trotzdem eigentlich hat noch 64 Stück die sollte er doch nehmen können doch hat doch schon daran gelegen dann merkt er sich das wohl gut haben wir es jetzt die frage ist ich glaube ich gehe hier auch mal wieder ein auch voll das haben wir da ja auch so bäh das kriegt mich ja schon an ja gefährliche zu bauen ey so dann geht es da oben für einen auf passt das besser hier geht es ja auch einen da drauf jo immer das das finde ich gar nicht so schlecht und optisch geht jedoch normale Brückensteg war schon ich würde auch gerne hier unter Wasser so ein Ding noch anbauen also so eine streben die von unten so schräg das halten und da aber jetzt kannst du ja vergessen in meinem Kopf dann ist das Wasser weg und das sieht dann noch beschissen aus deswegen muss es jetzt so bleiben was wir aber jetzt machen ist ach so botter ja hier hier wieder hier wieder händen ich nicht rundherum schleppen das Blümchen das kann auch hier wieder hin so jetzt können wir den Weg machen den Weg machen nur die Frage wie hier ich habe ja so schräg gehen müssen ziemlich doof ich habe schon mit einem wöhmchen eingefangen so so gott mal dieses gras hier das jetzt ich schaufel echt übel das ich schaufel echt übel das irgendwo ist ein endermann ich höre ihn doch ich habe schon überlegt ob ich so half dinge mache aber ich habe das geht nicht diese blöcke schüssel man sieht das geht nicht kann nur abbauen und das wollen wir ja nicht hier ist ein kleiner siegen machen wir einfach mal ruhig sicherlich sehr sehr spannend hier ich mich verbaue das spannende daran immer dieses gemüse im weg echt schlimm doch nur ein weg bauen mache hängt so dankeschön wo müssen wir hin immer gar keine wege hier im darkland dorf vielleicht geht das hier gar nicht nein dann macht er gleich dings draus ich stehe da müssten wir dann auch hier haben sie jetzt gespawnt weg ja inwespa unserem zuhause weiter geradeaus müssen dann so ein bisschen schick werden ab und zu das haben wir so kleines zeug ist sie genau das da da kann ich das recht weg schlagen hier machen wir so absichtlich weg ist das besser echt schlimm das gras ist niedriger als andere so ups ups hm hm glaube das finden wir auf ups na komm schon noch ein bisschen eigentlich kann ich auch moment ich habe ja extra den mund dafür warum mache ich das per hand aber ich habe ja so viel scheiße bei mir so macht herrer von ihnen das spaß ich schon kann ein das alles mal hier ups jetzt nehmen wir so ein bisschen schräg werden ach geh weg so eigentlich black lotus was ok schräg hier so wir brauchen wegzeug ähm die axt bitte dass wir nochmal zurück in unserem inventar haben so da machen wir so flugs pflanze aber die probleme will ich jetzt stehen lassen ach wir gucken mich jetzt nicht so so vielleicht hier so machen kann naja naja die buschel muss stehen hier hier müssen wir jetzt irgendwie geradeaus mit dem baum so immer schön weg damit achso ich habe gar nicht auf die zeit gedacht gott wir haben schon wieder 20 minuten gut denke mal den weg den bis jetzt wie ich den mache den werde ich mal jetzt bis zum dorf machen und dann sehen wir uns dann nachher wieder vielen vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann nachher am nächsten mal wieder tschüss halt warte ich bin auch mal wieder zu